Für eine halbe Sekunde waren sie based. Das ist nicht irgendein Dulli von der Straße. Das ist ein Typ, den sie hier als Experten geholt haben, der das redet. Das ist ein Experte! So wird gegen Linke gearbeitet. Hier ist, wo die Linke zerstört wird. An dieser Stelle wird die Linke zerstört. Und nämlich in den Köpfen von den Leuten. Genau mit solchen Dingen. Und da soll mir noch mal einer kommen und sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind links. Was ist links? Ich glaube, das wird wirklich, wirklich schlecht werden, wenn ich hier sehe, dass SPD und die FDP bei Was ist links dasteht und die DDR und die MLPD und LGBTQ-Fahne hier wird heiß einfach. Vermummt mit einer Sturmhaube. Steine schmeißen im schwarzen Block mit dem Wunsch, den Kapitalismus abzuschaffen. Dieses Bild haben viele von der extremen Linken. Dabei ist das Spektrum links riesig. Kiffende Öko-Hipster gelten als links, Klimakleber sozial. Kiffen mich nicht links. L-U-L. Es tut mir leid. Wo ist KuchenTV auf dem Tammenail? Das ist eine gute Frage, weil er ist immerhin der Linkste von allen. Ich bin dafür, dass alle so Links-Spektre nur noch mit KuchenTV ganz am Ende gezeichnet werden. Und alles andere ist Heresie. Irgendwas habe ich schon getriggert. Das Spektrum links riesig. Kiffende Öko-Hipster. Genau. What the fuck? Kiffende Öko-Hipster. Was für kiffende Öko-Hipster, Alter? Zwölfte Sekunde. Schon nerven Sie mich. Wo ist Kiffen links? Das ist Drogen konsumieren. Das ist nicht links. Das ist High. Das ist oben gegen unten, Bruder. Das ist nicht links. Ach lieber Sozialdemokratinnen, Aktivistinnen, die gegen Diskriminierung kämpfen, Sozialisten, Kommunisten oder gewaltbereite Antifa anlegen. So ähnlich ist das auch in der Spitzenpolitik. Alle diese Leute werden linken Parteien zugeordnet. Nein. Definitiv nein. Also ich sehe hier Gysi und Sarah Wagenknecht. Alle anderen sind einfach, komm schon, for real. Kumex, Scholz, Waffenlieferung, Annalena, Cem, der sich den Tarnanzug anzieht, um Werbung für das Bundesliga zu machen. Ich weiß nicht, Bruder. Schwierig. Also ich habe das Gefühl, teilweise ist überhaupt nicht klar, was mit links eigentlich wirklich gemeint ist. Und wetten, dass es ihnen auch nicht klar sein wird. Das heißt, sie werden jetzt angeblich versuchen zu erklären, was links ist und sie werden vollkommen scheitern. Und da redet man irgendwie schnell aneinander vorbei und die Emotionen kochen hoch. Jetzt wollen wir aber endlich die Frage beantworten, die uns tausendfach gestellt wurde. Was bedeutet es wirklich, links zu sein? Was ist linke Politik? Naja, nachdem ihr bei was ist rechts so unfassbar verkackt habt. Ich habe ein Video dazu auf YouTube. Ich zeig ja. Und was ist Linksextremismus? Erstmal ein kleiner Disclaimer. Auch in diesem Video sind wir ein bisschen... Cabotwette? Naja, sie hat schon Kapitalismus gesagt. Gleich am Anfang. ...theoretischer unterwegs. Wir gucken uns hier mithilfe der Wissenschaft an, was typisch linke Positionen sind. Karl Marx hat gesagt, Panzer liefern ist Kommunismus. Und wir schauen uns auch an, warum das manchmal gar nicht so einfach ist zu sagen. Es geht in diesem Video nicht darum, diese Position zu bewerten. Außer die extremen. Der ist mega links. Sowas hört man irgendwie ständig und auch in euren Kommentaren lesen wir oft... Ja, das sagt man die ganze Zeit über mich, ja. Eine Partei sei euch zu links oder nicht links genug. Was meint das genau? Es muss ja irgendwas geben, an dem man linke Politik festmachen kann. Wir brauchen also eine Definition. Und weil links und rechts im aktuellen Diskurs so emotional besetzte Begriffe sind, haben wir uns gedacht, wir gehen das heute mal ganz grundsätzlich an und checken, wie die Wissenschaft... Das war zum Beispiel nicht eine Linke, die da schreit. Die wird oft so für Linke genommen. Auf dem Begriff links definiert. Linke Politik hat sich zur Aufgabe gemacht, Hierarchien aufzulösen für Gleichheit, für Gleich... Es geht um Machthierarchien, nicht einfach nur um Hierarchien, okay? Und es geht nicht um Gleichheit, sondern um Gleichwertigkeit. Richtig. Das ist schon mal hier komplett verkackt. Weil es gibt auch Kompetenzhierarchien, dagegen sind wir linke nicht. Wir sind dagegen, dass du dir aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, die du dir nicht erarbeitet hast, dich über andere stellst. So zum Beispiel, ich wurde reich geboren und ich fickle deine ganze Familie. Sollte nicht erlaubt sein. Ihr wisst, was ich meine. Rechtberechtigung einzutreten und sozusagen diese Hierarchien abzubauen. Das ist linker Politik ganz, ganz wichtig. Das ist Benjamin Höhne. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Münster und beschäftigt sich schon lange mit linker und rechter Politik. Aber was bedeutet das jetzt? Welche Hierarchien meint er? Okay, hier ein bisschen historischer Kontext. Linke Part... Warte, hab ich Ihnen nun recht getan? ...Teilen wie die SPD haben ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Damals arbeiteten viele Menschen in großen Fabriken unter sehr schlechten Bedingungen. Deshalb organisierten sie sich und kämpften für Veränderungen und eine Verbesserung ihrer Lage. Die linke Weltanschauung, die sich damals entwickelte, war der Sozialismus. Das heißt zum Beispiel, dass der Staat eingreift und eine klassenlose, gleiche Gesellschaft ohne Armut oder Reichtum schafft. Nein heißt es nicht. Per Definition fucking nein. Ach, ach, ach. Das im Sozialismus und Kommunismus, das sind so austauschbare Begriffe für Karl Marx. Der hat beide gleichwertig verwendet. Sozialismus und Kommunismus hat mal das gesagt, mal das gesagt. Das bedeutet ja das Gleiche. Und in beiden hast du kein Staat. Es existiert kein Staat. Es existiert kein Geld. Es existieren keine Klassen. Zu sagen, Sozialismus ist, wenn Staat, ist die größte Verblödung, die der Kapitalismus geschafft hat, Menschen einzureden. Weil die in der Sowjetunion, Lenin und Co. sind losgegangen, um eine Diktatur des Proletariats zu errichten. Nämlich, dass der Staat alles an sich nimmt und dann stirbt der Staat ab und dann bleibt Sozialismus übrig. Wir kennen die Geschichte, der Staat ist niemals abgestorben. Das heißt, es gab einfach nie Sozialismus. Stalin aber, der das irgendwie rechtfertigen musste vor den Leuten, hat natürlich gesagt, natürlich ist das Sozialismus. Wir haben ihn erreicht, ihr müsst nicht weiterdenken. Alles ist in Ordnung. Die Kapitalisten auf der anderen Seite haben natürlich gesagt, ja, das ist Sozialismus. Gerne. Wir haben keine bessere, sozusagen, Werbung für diese Geschichte, dass das Sozialismus ist, als das, dass du es selber behauptest und tust. Und das ist der größte Fick. Das ist der größte Hirnfick uns gegenüber, dass man das, sozusagen, gemacht hat, uns zu erklären, dass es keine Alternative zum Kapitalismus gibt. Ja, das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Und wenn du einen Staat hast, wenn du irgendwas in diese Richtung hast, dann ist das kein echter Sozialismus. Ja, man kann es. Wenn du willst, kann man dorthin gehen, dass man einfach sagt, Sozialismus ist, wenn Staat, aber dann bist du, dann stimmt gar nichts mehr. Weil dann würde bedeuten, Kapitalismus ist, wenn kein Staat. Aber das ist dumm, weil Kapitalismus kann ohne Staat nicht existieren. Also, das heißt, du fickst dich selber ins Hirn und nichts ergibt mehr einen Sinn. Wenn du diesen einen Begriff vergewaltigst, vergewaltigst du alle Begriffe, die damit zusammenhängen. Ja, das muss dir halt klar sein. So, an dieser Stelle ist das wichtig zu begreifen. Oder eine internationale Verbrüderung der Arbeit. Aus der Bewegung entstanden Parteien wie die SPD und soziale Errungenschaften wie zum Beispiel. Ja, aber siehst du, wenn Staat einfach alles übernimmt, was ist dann die internationale Verbrüderung aller Arbeiter? Wie funktioniert das, wenn der Staat alles übernimmt? Da muss man schon ein bisschen weiter denken, oder? Weil Sozialismus geht ja nur international. Sozialismus in einem Land geht ja nicht. Ja, es funktioniert ja nicht. Haben wir ja schon oft gesehen. Viele haben es probiert, nie hat es funktioniert. Logischerweise. Weil Sozialismus kann nicht überleben, solange Kapitalismus rundherum ist. Ja, weil sobald du Sozialismus installierst, passiert das, was die USA die letzten 100 Jahre gemacht haben. Man braucht sich ja nur anschauen, was die USA die letzten, also US-Außenpolitik gemacht hat die letzten 100 Jahre. Die haben alles angegriffen und alles bombardiert, wo auch nur ein Potenzial für Sozialismus da war. Sobald Leute irgendwie gesagt haben, so ja, da gibt es eine kommunistische Partei, die gewinnt gerade an Macht, hast du schon die CIA drin gehabt, hast du schon die Panzer drin gehabt, hast du einfach alles zerlegt gehabt. Und dann haben sie irgendwelche Diktatoren installiert. Das war ihnen lieber, als dass sie Sozialisten an der Macht haben. Schaut euch mal an, was sie in Indonesien angerichtet haben. Das nennt man, wie hieß das, die Jakarta-Methode heißt das. Googelt mal die Jakarta-Methode. Schaut euch mal diese ganzen Sachen an. Es ist sehr interessant. Zum Beispiel die 40-Stunden-Woche, das Rentensystem und das... Oder was sie gemacht haben nach den Wahlen, wo Allende gewählt wurde in Chile, was dann passiert ist, was sie gemacht haben. Natürlich haben sich die Parteien im Laufe der Jahrzehnte deutlich verändert. Die SPD hat sich nach dem Krieg zum Beispiel... Oder hört die Folge von Braunfunk dazu. So ist es. Zum Beispiel zur sozialen Marktwirtschaft bekannt, ist also auch auf die Wirtschaft zugegangen. Linke Politik in ihrer extremsten Form, dem Kommunismus, gibt's aber auch heute noch. Dann soll die Umverteilung durch einen radikalen und oft gewaltsamen Umsturz erreicht werden. Was mit dem Anarchismus? Und daraus sind in der Vergangenheit und in der Gegenwart Terrorherrschaften entstanden. Die extremen Beispiele kennen wir alle. Terrorgruppen wie die RAF, die... Danke für die Aufklärung Öffentlich-Rechtlicher. Kommunismus ist wie ein Terror. What the fuck einfach? Wieso löscht ihr euch nicht einfach? ...sozialistische Diktatur in der DDR oder in Nordkorea. Und auch heute gibt es in Deutschland extremistische linke Parteien. Zum Beispiel die MLPD, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei und die Sozialistische Gleichheitspartei SGP. Alle drei werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, die werden vom Verfassungsschutz beobachtet eben, weil sie das ganze System und den Staat abschaffen wollen. Erster Punkt. Logisch. Sie wollen ja die Verfassung abschaffen. Das ist ja logisch, dass sie beobachtet werden. Hingegen gibt es ja solche Parteien wie die Linke, die sich auch ausspricht für Sozialismus, aber sie spricht sich für einen demokratischen Sozialismus aus. Ja, und der demokratische Sozialismus beinhaltet sozusagen den Staat mit ein. Es geht darum, den Staat zu behalten, aber gleichzeitig auch die Wirtschaft zu demokratisieren. Ja, die wollen die Demokratie nicht abschaffen, der demokratische Sozialismus. Ja, sondern nur die Wirtschaft demokratisieren. Ist ein Riesenunterschied. Deswegen muss man sie auch nicht vom Verfassungsschutz beobachten lassen, weil sie sind nicht gegen die Verfassung, actually. Ganz im Gegenteil. Sie wollen eigentlich die Verfassung vor dem Kapital beschützen. Übermorgen die Macht an sich reißen, ist eher unwahrscheinlich. Es gibt aber auch Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und die Beziehungen zu einer Partei im Bundestag haben. Da haben wir einmal die Kommunistische Plattform und das Netzwerk Marx 21, die eng mit der Linkspartei verbunden sind. Und dann gibt es da noch die Antifa. Sie wird auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht genannt und taucht oft in der Debatte auf. In Teilen des sogenannten antifaschistischen Kampfes sehen wir bei einzelnen, besonders schweren Angriffen enthemmte Gewalt und Totalität. Der Verfassungsschutz sagt, es gibt... Ich weiß nicht. Ich habe einen neuen Begriff. Ich nenne sie die Pseudo-Antifa. Das ist mein Geschenk an die Nachwelt. Alles, was der Kapitalismus gefressen hat, da hänge ich einfach ein Pseudo davor. Und... Dankeschön. Das ist mein Verdienst an der Nachwelt. Einfach Pseudo-Antifa. Ja, das sind diese Leute, die sich dann plötzlich Antifaschisten nennen, aber sich für Kapitalinteressen interessieren. Schau, wie ist das? Das ist für mich nicht die echte Antifa. Weil wer sich für die Interessen des Kapitals einsetzt, setzt sich auch für die Interessen der Faschisten ein, dann im Endeffekt in weiterer Folge. Pseudo-Fa. Ja, ja, man kann Pseudo an alles setzen heutzutage. Absolut. Das ist ja, was ich auch gesagt habe. Pseudo-Essen, weil das Essen heute nicht mehr echtes Essen ist, sondern einfach durchgespritzt ist von oben bis unten und Dings, ja. Das ist Pseudo. Alles Pseudo, Bruder, im Kapitalismus. Weil Kapitalismus alles seiner Naturbestimmung entreißt und dem Profit unterordnet. Das heißt, die Medizin dient nicht mehr dazu, um Leute zu heilen, sondern um Profite zu machen im Endeffekt. Die Kunst dient nicht mehr dazu, sich auszudrücken, sondern um Profite zu machen. Fußball oder Sport dient nicht dazu, dass man sich miteinander misst, sondern um Profite zu machen. Und so weiter. Das heißt, der einzige Sinn der Dinge wird nur noch der Profit sein. Und das ist eben, was Pseudo ausmacht. Ja. Die Antifa als Antifaschismus ist eine... Ja, da geht's. Es gibt nicht die Antifa. Ja, okay. Das ist so linksliberale Blabla einfach. Unfassbar. Politische Idee, unter der sich in Deutschland immer wieder Personen versammeln. Die Linkspartei bekennt sich in ihrem Grundsatzprogramm zum Antifaschismus. Aber auch die SPD und die Grünen. Es gibt allerdings auch einige antifaschistische Gruppen, die sich im linksextremen Spektrum bewegen. Weil das ist genauso, als ist es zu sagen, es gibt nicht die Fußballfans. Ja, schon klar. Ich weiß. Ja. Aber wie das immer so von linksliberaler Seite automatisch bei der Antifa betont wird. Es gibt nicht die Antifa. So, um klarzustellen, dass nicht der Staat die Antifa bezahlt. Es ist klar, dass der Staat die Antifa nicht bezahlt. Ja, diese Leute, diese Pseudo-Antifa. Ich glaube, die sind verbohrt von alleine aus. Die muss niemand bezahlen. Die machen das freiwillig. Straftaten begehen. Aber zurück zum Bundestag. Da zählen laut der Bundeszentrale für Politik... Ja, es gibt auch nicht die AfD-Wähler. Es gibt auch gar nichts. Keine Menschen sozusagen da draußen sind die irgendwas. Das ist der ganze Punkt, ja. Politische Bildung, die SPD, die Grünen und die Partei Die Linke zu politischen Linken. Um wirklich in der... Was ich hab Naturbestimmung gesagt, naja, ich glaub schon, dass das... Solange es die Nazis gibt, ist doch alles gut. Kappa. Ja, genau. Die Nazis, die Schwurbler, genau. Die sind alle gleich, ja. Die Antifa oder die Rechten, ja. Aber so die Linken, aber die Antifa, schwierig, 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 ja. Schwierig. Es gibt nicht den Menschen. Es gibt nicht den Menschen. So ist es, Bruder. Ja. So ist es. Es gibt doch die Partei. Das ist richtig, ja. Linke Politik bedeutet, gucken wir uns jetzt mal an... Schau, schau, die haben die Grünen dazu gezählt und die SPD. Wollen die mich verarschen? Bundeszentrale für politische Bildung, die SPD, die Grünen und die Partei Die Linke zu politischen Linken. Aber warum nennen sie sich Bundeszentrale für politische Bildung? Ich verstehe es nicht. Wirklich in der Tiefe zu checken, was linke Politik bedeutet, gucken wir uns jetzt mal einen möglichen... Weil ich meine, wie sehr baut die SPD und die Grünen Hierarchien ab? Irgendwo. Ich meine, Waffenlieferungen sorgen nicht wirklich dafür, dass man Hierarchien abbaut. Weil das war ihre Definition am Anfang, ja. Inwiefern sorgen sie mit ihren Hartz IV und diesem ganzen Scheiß, inwiefern sorgen sie damit für einen Hierarchieabbau? Inwiefern sorgt der Cummix-Skandal für den Hierarchieabbau? Das Ganze ist eher Hierarchieaufbau, wenn du mich fragst. Aber okay, ja. Ja, rach, bauen sie Hierarchien ab, so ist es. ...erklärungsansatz an. Und der geht von zwei großen Bereichen aus, an denen man eine politische Richtung erkennen und einordnen kann. Das sind einmal gesellschaftspolitische Themen und wirtschaftspolitische Themen. Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik, was steckt da alles hinter? Lasst uns das mal Step für Step aufdröseln und mit der Gesellschaftspolitik anfangen. Damit sind alle Themen gemeint, bei denen es um das Zusammenleben von Menschen geht. Auf der einen Seite stehen konservative, am äußersten Ende sogar autoritäre Positionen. Autoritär bedeutet basically, dass die da oben entscheiden sollen, was unten passiert. Das Gegenteil von autoritär nennt man in diesem Modell progressiv. Viele von euch kennen dieses Modell auch mit dem Begriff libertär. Beide Begriffe sind aber wissenschaftlich korrekt. Wenn euch das Thema interessiert, dann checkt mal unsere Quellen dazu aus. Eine klassisch linke Idee ist es, sich für gleiche Rechte für alle einzusetzen. Das lässt sich auch mit der Geschichte erklären, weil… Nein, ich kann einfach nicht. Scheiße auf das. Ich habe das glaube ich schon in einer anderen Reaktion erklärt. Linke Parteien eben klassisch für die unterdrückten ArbeiterInnen standen. Und jetzt eben auch für andere Gruppen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ehe für alle. Eine benachteiligte Gruppe hat hier mehr Rechte bekommen. In dem Fall schwule und lesbische Menschen. Bei solchen Diskriminierungsthemen setzen sich vor allem die Linke, die SPD, die Grünen und die FDP ein. Bei der FDP ist das ganz spannend, weil sie im wirtschaftlichen Bereich ja eher als rechts gilt und im… Oh, na endlich! Wo war diese Aussage, wo es um die Rechten ging in dem anderen Ding? Wo warst du? Wo warst du? Schön, schön, sehr gut. Nice. Im gesellschaftlichen Bereich eher als links. Wir können gemeinsam sicherstellen, dass die Bundesrepublik doch… Progressive Neoliberale. Das ist, was ich sie nenne. Progressive Neoliberale. Das ist das Gleiche wie die Grünen. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Grünen und der FDP eigentlich in Wirklichkeit. Es sind progressive Neoliberale. Nur die einen erzählen sie ja, dass es ihnen mehr um Progressivität geht. Die anderen erzählen ja, dass es ihnen mehr um Neoliberal geht. Aber wenn sie dann miteinander da sitzen, liefern sie beide Waffen. Deutschland, ihre trans- und intergeschlechtlichen BürgerInnen endlich so akzeptiert und respektiert, wie sie… Und die AfD ist im Endeffekt eine konservative FDP. So easy. Das heißt, die AfD ist einfach eine FDP ohne diesen ganzen progressiven Scheiß. Sondern konservativ, in die andere Richtung. Deswegen nennen sie sich ja auch konservativ-liberal oder liberal-konservativ, wie auch immer. Und nicht eben statt progressiv-liberal oder neoliberal. Ja. Konservativ-neoliberal. Sie sind mit ihrem Geschlecht und ihrer Selbstbestimmung. Das zeigt, dass sich die Partei weniger in diesem Links-Rechts-Schema einordnen lässt, sondern den Begriff Freiheit nach vorne stellt. Und der heißt für sie halt auf der gesellschaftlichen Ebene, dass jeder die Identität und Sexualität haben soll, die er will. Und auf der wirtschaftlichen, dass der Staat sich im Geld… Ja, aber hier ist der Unterschied jetzt. Jetzt gehen wir jetzt in die Linke rein. Die Linke will nicht einfach, dass du deine Identität hast. Die Linke will, dass deine Identität befreit ist von Zwängen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, uns Linken geht es nicht darum, dass du dich möglichst so durchidentifizieren sollst, sondern es geht einfach darum, dass du keine Repressalien bekommst. Sozusagen, dass die Zwänge losgelöst werden und die Unterdrückung losgelöst wird. Ja. Was aber bei dieser progressiv-neoliberalen Identitätspolitik gemacht, ist eher, wie viel kann ich konsumieren, um eine Identität aufzubauen. Ja, ein riesengroßer Unterschied. Es geht einfach nur darum, wie sehr kann ich mich von allen anderen differenzieren und distanzieren, damit ich wie ein unique Snowflake bin. Ja. Das ist nicht, was Linke wollen. Linke würden eher dazu sagen, dass wir einfach alle zusammenführen, trotz ihrer Unterschiede. Das heißt, dass wir sagen, jeder Mensch ist unique in seiner Identität, aber wir halten alle zusammen, um gewisse Rechte zu erlangen. Und genau das ist die Kritik von Sarah Wagenknecht in ihrem Buch Die Selbstgerechten an der Identitätspolitik. Sie sagt an der Stelle, diese Identitätspolitik trachtet nur noch daran, wer ein, wie hat sie das genannt, wer ein unikerer Snowflake ist halt, wer individueller ist als die andere Person. Und so spaltet man eigentlich die Arbeiterschaft. Ja. Deswegen pushen ja die ganzen Konzerne auch diese ganzen Sachen, ja. Und sagen einfach so, ja, wir stellen uns gerne auf eure Seite. Wenn ihr euch so sehr individualisiert, dass es keinen Arbeiterzusammenhang mehr gibt und dass es keine Arbeiterbewegung mehr gibt, die zusammenhält, ja, gerne. Ja. Warum sollen wir dagegen sein? Ja. Das ist die Geschichte. Fragen weniger einmischen sollen. Also kurz gesagt, das Materielle muss man betrachten dann aus linker Sicht. Richtig, richtig. Ja. Was wären gesellschaftlich konservativ, aber wirtschaftlich sozialistisch denkende Menschen? Das gibt es irgendwie nicht mehr heute. Ja, genau. Das ist das, was es nicht geben darf. Das ist, wo wir gespalten wurden, ja. Weil eigentlich für mich, ich sage, wenn ein Mensch sozialistisch denkt oder wenn ein Mensch eben links denkt, dann müssten da Konservative wie Progressive akzeptiert werden. Und einfach zu sagen, hey, schau, wir müssen die Arbeiterschaft stärken und mir ist es egal, ob du konservativ oder progressiv bist. Ja. Ich muss für dich kämpfen. Ich muss für dich kämpfen und für deine sozialistischen Interessen, auch wenn du einfach sagst, na, ich weiß nicht, ich bin eher konservativ. Ja. Ist so. Oder ich bin eher progressiv. Ja. Ist so. Ja. Man darf dieses progressiv-konservativ nicht darüber stellen, dass wir eigentlich kapitalistisch unterdrückt werden. Ja. Ist so die Position der Linken und auch meine Position. Ich muss aber auch sagen, auch eine Partei wie die CDU, die mit Linker... Und ich glaube, diese konservativen Linken hat man vollkommen aus der Linken ausgeschlossen und die sind jetzt alle zur AfD gegangen, leider. Ja. Oder zu irgendwelchen anderen Parteien. Aber genau das ist das Problem. Die Konservativen darf man nicht ausschließen, wenn man etwas gegen den Kapitalismus unternehmen will. Wenn man sich vollkommen als Arbeiterschaft zerspalten will und das haben will, was man heute hat, ja, kann man das machen. Aber ja. Wenn die Politik ziemlich wenig zu tun hat, stellt sich auf ihrer Website grundsätzlich gegen Homophobie. Aber in der Politik geht es ja nicht nur um gesellschaftspolitische Fragen. Ja, ja. Und Leuten mit anderen Sexualitäten geht es ja auch besser, wenn sie nicht verarmen. Genau. Deswegen hat das einfach eine Priorität. Ja. Weil was bringt es dir einfach, wenn du eine Regenbogenfahne hast und einfach sagst, ich bin trans, aber dann kannst du dir einfach dein Essen nicht leisten. Was hast du geschafft? So, so. Freiheit, wirklich? Ja, ich kann mich jetzt als so offen sagen, dass ich homosexuell bin. Ja, das ist doch schön. Das ist eine gute Sache. Schön, dass wir das erreicht haben. Aber sollten wir dafür einfach opfern, dass du einfach nichts mehr zu essen hast? Ich weiß nicht. Ja. Das sollten wir uns gut überlegen, was wir tun. Ja. Vielleicht können wir irgendwie für beides kämpfen. Das wäre am besten. Ja. Deshalb gibt es denn die Modell, das wir uns hier anschauen? Ja, genau. Diese Durchsage von Tempus Flore ist genau das. Bitte klärt mal alle in den Kommentaren von dir da oben über die Definition und so weiter auf. Für diese Kommentarspalte zahlen wir jetzt GEZ. Richtig. Ja. Das heißt, hier geht mal da rein und erklärt ihnen, wo sie falsch liegen. Ich glaube, das wäre wichtig. Und auch eine andere Richtung. Aber immer höflich bitte. Jetzt geht es um wirtschaftspolitische Fragen. Benjamin Hoene nennt diese Richtung die sozioökonomische Achse. Auf der einen Seite gibt es da die rechte Politik, die sich dafür stark macht, dass der Staat möglichst wenig in die Wirtschaft eingreift. Das… Es hätt es nie rechte Politik gegeben, die in der Wirtschaft, wo der Staat mehr eingreift. Okay. Das heißt, dass es zum Beispiel wenig und niedrige Steuern gibt. Und die andere Seite… Und siehst du, genau da ist einfach der Scheiß. Ja. Weil du sagst so, entweder der Staat macht die Wirtschaft oder der Markt macht die Wirtschaft. Nein. Das ist einfach komplett konträr zu dem, was linke Wirtschaftspolitik ist. Und genau das ist dieser Mindfuck, von dem ich geredet habe. Seht ihr, wie sehr sie unsere Positionen rausgelöscht haben aus den Definitionen. Das heißt, man hat hier ganze Definitionen einfach verkrüppelt, damit einfach unsere Standpunkte nicht mehr vertreten werden. Unser Standpunkt ist natürlich nicht mehr Staat oder weniger Staat. Sondern unser Ding ist, gehört es wenigen oder gehört es allen. Das ist, worum es hier geht. Es geht hier nicht um Markt mit viel Staat oder Markt mit weniger Staat. Sondern es geht darum, gehört die Wirtschaft möglichst allen Menschen oder gehört die Wirtschaft in die Hände von ganz wenigen Leuten. Ja. Das ist das, worum es geht. Und nicht Staat und nicht Staat. Das ist doch absurd. Ja. Das ist doch nicht linke Wirtschaftspolitik. In jeder linken Wirtschaftspolitik wollen wir ja, dass die Wirtschaft eigentlich der Gemeinschaft gehört. Dass die Wirtschaft allen Menschen gehört. Das ist links und nicht dem Staat. Ja. Das ist ja absurd. Das ist eine absurde Verkürzung und Zerstörung einfach von linken Werten hier, die betrieben wird. Ja. So. Benjamin Höhne. Auf der sozioökonomischen Achse geht es bei der linken Politik darum, dass möglichst viel umverteilt wird. Das heißt, dass es einen starken Staat gibt, der dazu in der Lage ist, in die Wirtschaft regulierend einzugreifen. Schau mal, ich sag dir mal eins. Wenn wir Linken das hätten, was wir wollen, nämlich dass wir alles umverteilen, nämlich dass es keine Kapitalisten mehr gibt, sondern dass das Kapital allen Menschen gehört auf der Erde gleichmäßig. Ja. Dann bräuchte es kein Staat mehr, der reguliert, sondern der Staat könnte auch ein Akteur sein in dem Ganzen und wir könnten einfach sozusagen demokratisch die Wirtschaft leben. Wovon der Typ redet hier ist einfach so, ja, möchtest du eher SPD-Kapitalismus oder möchtest du eher FDP-Kapitalismus? Ja. Was ist dir lieber, Kumpel? Ja. Weder noch Kumpel. Ja. Wir sind keine Kumpel. Weder noch, ja, was reden wir hier? Und dann noch bestimmte Normen definiert, die wichtig sind, an die die Leute sich halten müssen. Das kann man sozusagen noch weiter denken. Umverteilung. Vor allem Umverteilung. Was für eine Frechheit einfach zu sagen, links ist wie eine Umverteilung und rechts ist nicht wie eine Umverteilung. Das heißt, wenn du weniger Staat hast und alles privat ist, dann ist das keine Umverteilung, dann ist das nicht eine Ausbeutung der Arbeiter, dann ist das nicht eine Umverteilung von unten nach oben, wie wir sie erleben, like seit 50 Jahren. Das ist keine Umverteilung. Sondern es ist nur Umverteilung, wenn der Staat den Privatunternehmern einfach der böse, böse Staat was wegnimmt und den Armen gibt. Oder? Das ist die einzige Umverteilung. Und so etwas nennt sich Wirtschafts- Siehst du, das ist Politik-Experte. Das ist ein Experte. Das ist nicht irgendein Dulli von der Straße. Das ist ein Typ, den sie hier als Experten geholt haben, der das redet. Und da soll mir noch mal einer kommen und sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind links. Hey, die Öffentlich-Rechtlichen haben die ganze linke Idee vollkommen getötet. Ja, genau auf diese Art. Indem sie hier einfach kapitalistische Wirtschafts-Bullshit einfach so reproduzieren, einfach wie es ihnen gefällt. Ohne wirklich die Wahrheit über diese ganzen Sachen zu reden. Das ist genau das scheiß Problem hier. So wird gegen Linke gearbeitet. Hier ist, wo die Linke zerstört wird. An dieser Stelle wird die Linke zerstört. Ja? Und nämlich in den Köpfen von den Leuten. Genau mit solchen Dingen. Ein Stück weit. Dann ist man auch irgendwann sozusagen in sozialistischen oder kommunistischen Regierungssystemen. Die Forderung. Ja, genau. Und dann macht der Staat alles. Oder was? Je mehr Staat, desto mehr Sozialismus. Und wenn Staat alles macht, dann ist Kommunismus. Ja, das ist ein fucking Meme einfach. Und du bist ein Experte. The fuck you talking about? Das ist ein scheiß Meme, das da draußen herumläuft. Weil das einfach falsch ist. Das wird lächerlich. Des kompletten Systemsturzes sind in den Linksextremparteien zwar noch nicht vom Tisch, aber für die Parteien im Bundestag schon. Bei der Linkspartei wird da von einem demokratischen Sozialismus gesprochen. Quasi Umverteilung, aber nicht erzwungen, sondern mit demokratischen Mitteln. Und was kann man sich dann ganz konkret darunter vorstellen, wenn linke Wirtschaftspolitik für demokratischen Sozialismus und sowas wie einen starken Staat steht? So eine typische Position für, ähm, erzähl mal. Eine linke Wirtschaftspolitik oder eine Politik, die auf dieser Achse links zu verorten wäre, wäre die Forderung nach dem Mindestlohn. Das begreift man sozusagen aufrecht. Ja, links ist wenn Mindestlohn. Nein, wenn Mindestlohn ist, dann ist das kapitalistisch ohne Ende. Was für ein scheiß Mindestlohn. Links ist wenn Maximallohn. Links ist wenn gar kein Lohn. Links ist Gewinnbeteiligung. Links ist es gibt keine Gewinne. Es gibt nicht mal Geld. Das ist linke Wirtschaftspolitik. In der linken Wirtschaftspolitik macht jeder alles, was er kann und bekommt alles, was er braucht. In der linken Wirtschaftspolitik gibt es kein Geld. Da gibt es keinen Lohn. Geschweige denn ein Mindestlohn. In einer linken Politik, wenn du eine linke Wirtschaftspolitik hättest und jemand kommt zu dir und sagt, wie wäre es mit einem Mindestlohn? Wäre die einzige richtige Antwort, wie wäre es mit Gefängnis? Ja, das ist einfach, was redest du? Auf echter Seite oder auf liberaler Seite als Eingriff in die Wirtschaft und man sagt, je höher der Mindestlohn wird, desto weniger wettbewerbsfähig sind die Unternehmen. Und linke Politikerinnen sagen, das brauchen wir, damit wir sozusagen Arbeit gerecht machen, dass die Menschen für ihre Arbeit, die sie tun, auch von dieser Arbeit leben können. Ja, genau. Es ist ja überhaupt nicht kapitalistisch zu sagen, Hauptsache du kannst von deiner Arbeit leben. Wisst ihr, wie Löhne berechnet werden? Seit Anfang des Kapitalismus, nämlich so von kapitalistischen Theoretikern. Lohn, überlegt euch das mal, der Lohn muss so gehalten werden, dass der Arbeiter am Leben erhalten wird, genauso viel, dass er am Leben erhalten werden kann, damit man ihn weiter ausbeuten kann. Das heißt, Lohn ist praktisch die Mindest, Mindest, Mindestgrenze, dass du einfach nicht krepierst. Das ist einfach, was Lohn, wie Lohn gehalten wird. Ja? Also, wovon reden wir hier? Was hat das mit linker Wirtschaftspolitik zu tun? Bitte, bitte, bitte löscht euren Kanal, Leute. Ihr seid einfach, ihr seid kapitalistische Propaganda. Bitte hör auf. Beispiel Mindestlohn sieht man ganz gut. Ich meine, Leute bezahlen GEZ, das GEZ wird bezahlt von den, die meisten Leute, die GEZ bezahlen, sind Arbeiter und dann verkaufst du ihnen hier kapitalistische Propaganda. Haben sie einfach dafür bezahlt, dass du ihnen einfach sozusagen mit kapitalistischer Argumentation das Hirn wäscht? Echt jetzt? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sowas ärgert einen einfach, weißt du, wenn du sowas siehst. Das ist einfach so, warum habt ihr nicht einfach einen Kapitalisten eingeladen? Kapitalismuskuschler sind das. Ja, genau, das, immer so Faschokuschler. Nein, Kapitalismus, Kapitalistenkuschler. Ja? Und Kuschler. Das ist einfach das. Wahnsinn einfach. Unfassbar. Die haben doch im Namen, für wen sie sprechen. Ja, ja, ja. Report vom Staat, mehr Einmischung in die Wirtschaft. Ein weiterer Hebel für linke Wirtschaftspolitik sind Steuern. Die Linkspartei fordert zum Beispiel eine Reichensteuer, also höhere Steuersätze für Leute, die mehr als rund 260.000 Euro im Jahr verdienen. Wir wollen Belastungen gerechter verteilen. Menschen mit sehr hohen Vermögen sollen etwas abgeben. So steht es in unserem aktuellen Parteitagsbeschluss. Das geht aber nicht, weil die meisten Wähler sind dagegen, denn sie hoffen sich, dass sie irgendwann einmal reich sein werden. Deswegen sind sie jetzt dagegen, dass man die Reichen besteuert. Ja, und verstehen dabei aber nicht, dass wenn man die Reichen besteuern würde, sie mehr Chancen hätten, reich zu werden. Wenn du die Reichen nicht besteuerst, werden sie dir einfach das ganze System so zerficken, dass du keine Chance hast, reich zu werden. Das muss man halt verstehen, man darf halt nicht dumm sein. Und das müssen wir finanzieren durch eine höhere Beschreibung. Aber es ist ja nicht die Schuld der Leute in dem Punkt, sondern es sind solche Programme sind das. Es sind solche Programme. Es sind diese ganzen Sachen da draußen, die einfach dazu führen, dass Leute verblödet werden wirtschaftlich und dass der Arbeiter vollkommen verblödet wird, was Wirtschaftspolitik angeht. Wo man ihm dann einfach erklärt, ja tu, tut mir leid, aber dein Kind kann nicht einfach so in die Schule gehen. Wer soll das bezahlen? Wir können uns ja nicht verschulden. Was? Rüstungsindustrie, gib ihnen 100 Milliarden. Wir können uns nicht verschulden, verstehst du? Das geht nicht. Wer soll das denn bezahlen? Wer soll das bezahlen? Das ist einfach orchestriertes ins Hirn ficken von Arbeitern. Großen Vermögen, damit in diesem reichen Land wirklich jeder in Würde leben kann. Ich halte die Vermögenssteuer für eine Steuer, die in Deutschland mal wieder erhoben werden sollte. Grüne und SPD haben beide zur Bundestagswahl 2021 eine Vermögenssteuer gefordert. Insgesamt zeigt das, diese drei linken Parteien im Bundestag wollen insgesamt mehr Vermögen umverteilen. Zusammengefasst heißt das, bei Wirtschaftspolitik und Gesellschaftspolitik kann man links und rechts ganz gut unterscheiden. Aber natürlich hat dieses Modell auch seine Grenzen. Punkt 1. Die Welt ändert sich und damit auch die Frage, was Linke eigentlich wollen. Während die Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert für mehr Rechte gekämpft hat, ging es vor 70, 80 Jahren primär darum, erstmal das Wirtschaftssystem nach dem Krieg wieder aufzubauen. Da ging es vor allem um Themen wie Wohlstand und Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Und heute geht es in Debatten ja nochmal um ganz andere Themen. Das musste alles erst erarbeitet werden? Nein, eigentlich, in Wirklichkeit, wenn ich mal die Expertenposition übernehmen darf, in Wirklichkeit geht es bei uns Linken schon seit, tja, irgendwo 200 Jahren darum, das Kapital zu demokratisieren und die Produktionsmittel in die Hände der Arbeiter zu geben. Wir haben keine andere linke Politik. Alle diese Positionen, die ihr aufgezählt habt, sind einfach nur Schritte dorthin, nicht mehr und nicht weniger. So einfach ist das. Unser Ziel hat sich nie geändert und wird sich auch nie ändern. Solange der Kapitalismus existiert, wird es einfach dieses Ziel geben. Dass man einfach sagt, hey, Kapitalismus ist nicht demokratisch, wir hätten gerne das Ganze demokratisch. Ja, und dass du dann auf dem Weg dorthin einfach sagst, okay, wir hätten gerne mehr Lohn, damit wir mehr Zeit haben, dafür zu kämpfen, euch zu enteignen in Wirklichkeit. Ja, das sind kleine Kämpfe, aber was linke Politik ist, hat sich definitiv nicht geändert. Bitte, ihr seid einfach so lost. Ich habe sowas Lostes in meinem Leben nicht gesehen. Einfach, was soll das? Das ist einfach, als würde ich mir so einen neoliberalen Think Tank Scheiß anschauen. Als wäre ich einfach so zu Mises-Institut gegangen, einfach so, und die halten mir einen Vortrag über Links. Unfassbar einfach. Und sozusagen mit diesem Wirtschaftswachstum ist die Demokratie auch gewachsen. Wo die Max-Sack-Schmeiß verlängert Kontaktschuld auf zwei Monate. Danke dir. Danke dir. Danke für den zweiten Monat. Danke für die Besus, Besus. Und sozusagen mit diesem Wirtschaftswachstum ist die Demokratie auch gewachsen. Das Sozialsystem wurde ausgebaut. Und das heißt, dass es heutzutage... Und dann ist die Wirtschaft irgendwie weitergewachsen durch die Neoliberalisierung. Mehr Privatisierung, mehr Markt, höheres BIP und ups, alle verarmen. Was ist passiert? Wie kann die Wirtschaft wachsen, ohne dass alle reicher werden? Seltsam. Die Sozialleistungen gehen zurück. Es gibt heute mehr Leute, die an der Tafel sind, als noch vor 50 Jahren. Was ist passiert? Aber Wirtschaftswachstum gab es die ganze Zeit. Ich bin verwirrt. Irgendwas stimmt wohl nicht, oder? Bei linker Politik um einen ganz anderen Ausgangspunkt geht, ein ganz anderes Wohlfahrtsstaatsniveau. Und das heißt auch, die großen Themen von heute kann man zum Teil gar nicht so richtig auf einem Linksrechen... Glauben Sie selber an das, was Sie sagen? Ja, ja. Ich glaube, die sind einfach so... Verstehen einfach nicht, dass sie einfach Narrative weiterverbreiten von den Kapitalisten. So anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube nicht, dass sie das bösartig machen. Glaube ich absolut nicht. Ich glaube, sie verbreiten einfach die Allgemeinplätze weiter, die bekannt sind in unserer Gesellschaft. Und jetzt musst du dich einfach fragen, wer hat sozusagen die Macht über die Information in unserer Gesellschaft? Die Leute, die Kapital haben logischerweise, weil alle Verlage, alle Konzerne, die so Suchmaschinen, alles, was du draußen hast, wird von Kapitalisten besessen, kommt aus der Privatwirtschaft. Und aus dieser Privatwirtschaft werden sie sich ja nicht für unsere Plätze agitieren. Und sie werden nicht für unsere Argumente da sich einsetzen, sondern ihre Argumente verstärken. Logischerweise würden wir umgekehrt auch nicht anders machen. So, nun haben sie das einfach übernommen, schätze ich, ohne kritisch nachzudenken. Weil kritisch denken ist Schwurbel. Deswegen ist es auch so wichtig, gegen Schwurbler zu kämpfen. Weil nicht, dass der Schwurbler irgendwann davon kommt, dass er von seinem Chef ausgebeutet wird. Deswegen ist es wichtig, während den Anfängen. Nicht, dass der Schwurbler irgendwann dahinter kommt, dass er von oben bis unten einfach ins Hirn gefickt wird und dann ihm Geld aus der Tasche gezogen wird, bis ihm nichts mehr übrig bleibt. Wäre gefährlich, sehr gefährlich. ...schema darstellen. Und das ist für mich Punkt 2. Nehmen wir den Klimaschutz. Der wird schnell als linkes Thema benannt. Weil schneller Klimaschutz für viele bedeutet, dass wir unser Leben, wie wir es bisher führen, radikal ändern müssten. Das wäre also klar linke Politik. Andererseits ist das Ziel ja ziemlich konservativ. Wir wollen die Natur schützen und letztlich die Welt... Lustig, was du sagst. Durch Profit von Rheinmetall haben wir Wirtschaftswachstum. Komisch. Dann essen wir Armen eben die Solidarität mit Ukraine und dem Militärindustriekomplex. Sollen sie doch Panzer essen. Ja, lustig, dass du das sagst. Weil es gab ja heute einen Tweet von, wie heißt sie nochmal, die Savsan. Die hat heute getweetet, sagt, ukrainische Flüchtlinge können bei der Tafel im thüringischen Kala erst einkaufen, wenn deutsche Kunden fertig sind. Viele Tafeln kämpfen ums Überleben und es ist eine Schande, dass wir sie brauchen. Aber Deutsche zuerst, liebe Tafel, das geht gar nicht. Ich habe das eh kommentiert, habe gesagt, JetGPT schreibt mir einen Tweet, mit dem ich die AfD auf 25% bringe und verwende darin Flüchtlinge und die Tafel. Weil ich meine, genau solche Sprüche hier sind ja einfach so. Stell dir vor, der Kapitalismus radiert dir einfach die gesamte Gesellschaft weg. Menschen können sich nicht mal leisten, dass sie was essen. Und dann ist das Erste, was du sagst, so... Halt! Menschen, die arm sind, nach Nationalitätsspalten, das geht gar nicht. Ihr könnt euch nicht hinstellen und zuerst die Deutschen, die arm sind, bevorzugen. Das könnt ihr nicht machen. Ja, hey, stimmt schon. Dieser Tweet ist eine Frechheit. Ja, ist er nicht verkehrt. Ihre Politik ist der Grund, dass es Tafeln gibt. Genau richtig, dieser Tweet ist eine Frechheit. Ihre Politik ist der Grund, dass es die Tafeln gibt. Richtig, genau das ist der Punkt. Und ich denke mir einfach so, sie haben mit ihrer Politik Tafeln verursacht und jetzt steht er da und sagt so... Die Leute, die verhungern, werden wir nicht danach sortieren, wer deutsch ist und nicht deutsch ist. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Okay, Bro, ja. Aber dann wundere dich nicht, weil du hast das jetzt dieses Deutsche zuerst reingeholt, anstatt dass du den Kapitalismus kritisierst. Und jetzt wundere dich nicht, dass die AfD dann das einfach aufgreifen wird und wird sagen, siehst du, wenn Menschen verhungern, ist es ihnen lieber, dass die Deutschen zuerst verhungern. Das ist, wie sie das framen werden. Und ja, dann wundere dich nicht, wenn die AfD 50% hat, Alter. Ja, weil die ganzen Leute, die Angst haben, arm zu werden, die werden alle die AfD wählen. Weil sie einfach sagen werden, hey, die SPD wird uns verhungern lassen. Ja, ist ein Blödsinn. Die AfD wird nicht anders handeln. Aber der Punkt ist, ja, okay. Also zumindest glaube ich das. Aber, ja, okay, ja. Das ist genau das scheiß Problem die ganze Zeit. Ja, wir werden einfach... Ja, ja, sollen die Deutschen sich mit Ukrainen fetzen? Hauptsache die reichsten hungern nicht. Ja. Hauptsache die Reichen können immer schnell reicher werden. Und einfach so, eins der reichsten Länder einfach der Welt. Und du hast wie viele Menschen, Millionen und Millionen, wie viele, zwei Millionen Menschen oder wie viele, gehen zur Tafel. Das wirst du dir mal vorstellen. Ja. ... so lebenswert für uns erhalten, wie sie ist. Ist das jetzt links oder rechts? Warum haben wir überhaupt Tafeln Mindestlohn und Grundsicherung? Wir leben jeden Tag gegen unsere eigene Natur. Absolut. Genau das ist der Punkt, Grimshaw. Danke. Oder halt gar nichts davon. Für die Grünen ist das natürlich eine theoretische Frage. Für die zählt der Klimaschutz an sich. Aber wenn wir den heute als linkes Thema sehen, muss man dazu sagen, für klassische linke Parteien war der lange überhaupt nicht Teil ihres Markenkerns. Ich glaube, die Linkspartei, die EMAG, die PDS, die hat doch eine Zeit lang gebraucht, bis sie das Thema für sich erkannt hat. Und im Zweifelsfalle würde ich zur SPD sagen, dass man da, wenn es darum geht, einen Euro auszugeben, und man kann... Ja, wenn man sich fragt, was ist aus Willi und Biene Meier geworden? ... für soziale Gerechtigkeit oder für Klima- und Umweltschutz ausgeben, dass man dann eher sozusagen sagt, zur sozialen Gerechtigkeit. Also da eine starke Fokussierung auf die Arbeit, auf die Industrie, auf die Gewerkschaften. Den Leuten muss es im Sozialen besser gehen. Und danach kommt Umwelt- und Klimaschutz. Auch da muss man sich nochmal klar machen, wo einige linke Parteien herkommen. Sie sind ja aus der Arbeiterbewegung entstanden und haben damit vor allem Politik für Leute in Fabriken, im Bergbau und so weiter gemacht. Das Ziel war immer, dass die Arbeiter ein besseres Leben haben. Ja, ja, RWE ist auch klimaschützend. Ja, ja, klar. Die RWE-Grünen, ja. Umweltschutz war da eher nicht das Thema. Beim Klimaschutz kommt diese Definition also an ihre Grenzen. Und das geht noch krasser. In diesem Fall in Dänemark verschwimmt sie komplett. Die Sozialdemokratische Partei stellt in Dänemark die Ministerpräsidentin. Die Patex-Grünen, ja. Im Sozialen sitzt die Partei ganz klassisch auf linke Ansätze. Aber in der Migrationspolitik ist sie sehr strikt und vertritt eine ziemlich rechte Position. Dänemark will mit dem Ziel Zero Migration die Zahl der Asylsuchenden auf null bringen. Ihr merkt schon, da kann man jetzt gar nicht mehr so leicht sagen, klassisch links oder rechts. Und die Asyldebatte... Bitte? Aber in der Migration... Was? ...in Dänemark verschwimmt sie komplett. Die Sozialdemokratische Partei stellt in... Es verschwimmt nicht. Dänemark die Ministerpräsidentin. Im Sozialen setzt die Partei ganz klassisch auf linke Ansätze. Aber in der Migrationspolitik ist sie... Was ist diese Soziale, wo sie daran setzt? Ja? Was ist diese Soziale, wo sie auf typisch linke Politik... Du hast nicht ein Beispiel gebracht. Ja? Sehr strikt und vertritt eine ziemlich rechte Position. Dänemark will mit dem Ziel Zero Migration die Zahl der Asylsuchenden auf null bringen. Ihr merkt schon, da kann man jetzt gar nicht mehr so leicht sagen, klassisch links oder rechts. Naja, aber das ist das Problem, weil Migration begrenzen klar rechts ist für Leute. Ich habe das schon tausendmal erklärt, das stimmt so nicht. Es ist nicht richtig. Jedes Mal, wenn ihr wissen wollt, ob etwas links oder rechts ist, müsst ihr fragen, warum. Ja? Ihr müsst immer nach dem Warum fragen und was ist sozusagen der Outcome davon. Einfach immer die Frage, was ist der Outcome davon? Und der Outcome an der Stelle ist einfach bei Migrationsbegrenzung die Frage, begrenze ich Migration, weil ich Arbeiter zum Beispiel stärken will. Könnte ja ein Beispiel sein, wofür sich Linke früher eingesetzt haben. Oder, wofür sich auch Sarah Wagenknecht zum Beispiel einsetzt. Also sozusagen eigentlich die Arbeiterschaft stärker machen durch die Begrenzung für Migration, damit die Kapitalisten die Migranten nicht ausnützen können für Lohnsenkungen zum Beispiel und für Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Oder holst du dir die Migranten zum Beispiel genau um, die Arbeiter zu schwächen. Das heißt, nur weil du für Migration bist, heißt das nicht, dass du links bist. Nur weil du gegen Migration bist, heißt das nicht, dass du rechts bist. So einfach ist das nicht. Links und rechts so zu betrachten, ist einfach vollkommen verblödet. Das ist einfach so, du hast nicht verstanden, was links und rechts ist. Links und rechts bezieht sich nicht auf Themen und auf Positionen, sondern auf Outcomes, die dabei rauskommen, warum du dich dafür einsetzt. Was möchtest du damit erreichen? Das bestimmt links oder rechts. Also wird das die Hierarchien vergrößern oder verkleinern? Aber das verstehen viele nicht, weil viele sagen einfach so, Begrenzung der Migration, Nazi. Nein, du dumm einfach. Das ist alles. Nicht mehr und nicht weniger. Du kennst dich halt nicht aus. Das ist scheiße. Schwächter Form auch bei uns, dass linke Positionen sich im Real Life auch immer wieder verschieben können. Ja, man kann auf eine Pride gehen und für Kapitalismus sein. Richtig. Schau dir das an. Es würde ja zum Beispiel die Pride, ja, also sozusagen einerseits für Rechte von LGBTQ kämpfen, ja, ist zum Beispiel was Linkes. Aber du kannst auch Lockheed Martin sein und du kannst einfach LKWs auf der Pride finanzieren, damit einfach dein Waffenunternehmen davon profitiert. Und was bist du dann? Links? Lockheed Martin ist dann links, oder was? Ja, okay. Aber ich meine, dann ergibt ja alles. Wozu dann überhaupt noch reden? Dann können wir ja von nun an einfach nur noch grunzen. Weil scheinbar haben Worte eh keine Bedeutung. Weil dann ergibt eh alles keinen Sinn, oder? Und Entscheidungen vielleicht gar nicht mehr so eindeutig links sind. Menschen in Not zu unterstützen und internationale Solidarität... Ich glaube, das hätte ich gerne. Ich glaube, ich hätte, wenn so ein goldener Fisch kommt und sagt einfach, Herwin, du hast deinen Wunsch frei, wünsch dir was, dann würde ich sagen, alle Leute, die Begriffe missbrauchen und sie so für üble Zwecke verwenden, die sollten einfach in Zukunft dazu verdammt werden, einfach die ganze Zeit zu grunzen. Ja. Mal reden wollen sie ja nicht, ja. Tits sind ja eben historisch gesehen starke linke Themen. Und deshalb fällt es vielleicht manchen Linken auch schwer, Probleme mit Migration so klar zu benennen. Und spätestens bei der linken Politikerin Sarah Wagenknecht, der aus der eigenen Partei immer wieder vorgeworfen wird, sich nicht deutlich genug vom rechten Rand zu distanzieren, wird klar. Was jetzt links ist, ist heute echt gar nicht mal so leicht zu checken. Wenn sich nicht mal die... Ja, es könnte ja sein, dass ja das einfach nur vorgeworfen wird, weil man einfach Propaganda macht, weil sie actually wirklich soziale Politik machen, wirklich linke Politik machen wollen würde, könnte das sein. Aber nein, komm, erzähl uns, wie die Welt funktioniert. Bitte. Partei, die Linke darüber einig ist. In ihrem Buch hat Wagenknecht sich selbst zum Beispiel als linkskonservativ positioniert und sagt, dass wertkonservativ und linkssein sich nicht widersprechen würden. Auf der einen Seite sagt Wagenknecht dem Kapitalismus... Das ist jetzt die Frage, wo bleiben die konservativen Linken? ...kampf an und fordert Umverteilung von oben nach unten. Tritt da also wirtschaftspolitisch ziemlich links auf. Und auf der anderen Seite... Wobei ich bei Sarah Wagenknecht sagen würde, sie vereint eher konservative, unprogressive Linke. Was sehr wichtig ist, ja. Ist übrigens auch mein Ziel, konservative, unprogressive Linke zu vereinen, ja. Anderen Seite hat sie sich zum Beispiel für eine stärkere Begrenzung von Einwanderung ausgesprochen. Wagenknecht spricht zum Beispiel auch von Lifestyle-Linken, die im Bioladen einkaufen, gendern und Nachhaltigkeit predigen, aber dann einfach für... ...dabei keine echten linken Ziele hätten. Ja, und dann einfach für pro Kapitalismus sind. Und dann kommen einfach mit ihrer Bio-Tüte und erklären die einfach, dass der Kapitalismus keine Alternative hat. Ich weiß. Auch hier sieht man also, es ist mega... Und sich aber gleichzeitig linksradikal nennen. Alles klar, man. Es ist schwer, Wagenknechts Positionen da in ein Links-Rechts-Schema einzuordnen. Fazit. Linke Parteien und Positionen haben im Grundsatz vieles gemeinsam. Aber das eine Links, das gibt's einfach nicht. Die Extreme zu bestimmen, ist vergleichsweise easy. Aber Positionen, die sich dazwischen bewegen, können ein ziemlich breites Spektrum abdecken. Nein, kann ich nicht. Im Endeffekt musst du nur schauen, was die scheiß Konsequenz ist von dem, was Leute tun. Du musst nur schauen, was die Konsequenz ist. Wird es mehr Hierarchien bringen oder weniger Hierarchien bringen, was du tust? Warum tust du das? Aus welchem Ziel? Es kann ja manchmal Menschen auch passieren, dass sie weniger Hierarchien wollen, aber sie bauen actually mehr Hierarchien auf, weil sie einfach einen Fehler gemacht haben. Kann passieren. Würde ich trotzdem als Links zählen, weil eigentlich deine Absicht war was anderes. Aber du kannst es dir anschauen. Und dieses Ganze so, heute kann man das nicht mehr einordnen, das ist heute viel zu komplexe Welt, vieles ist zu widersprüchlich. Nein, ist es nicht. Nur weil ich einfach ein Waffenkonzern bin, der Menschen totbringt und einfach versucht, ganze Länder zu zerstören und ich mich einfach in Regenbogenfarben anmale, werde ich nicht plötzlich so, uh, plötzlich trifft nicht mehr links und rechts zu. Scheiße. Wie ordnen wir den ein? Ha, der hat eine Tarnmaske aufgezogen. Wir sehen ihn einfach nicht mehr. Ja, ja, ihr seht ihn nicht mehr. Wir sehen ihn schon. Der Punkt ist einfach so, nur weil du dich mit Shit schmückst und einfach dich so Pseudo für Scheiße einsetzt, hinter der du eigentlich gar nicht stehst, komme ich einfach nicht mit dem Scheiß. Natürlich gibt es noch links und rechts und es ist ganz klar, was es ist. Es ist ganz klar. Man darf halt nur nicht, genau, drauf reinfallen, mir voll Idiot, dass einfach, ja, dass man einfach sagt, so ups, ich dachte, das ist ein, das ist, die machen Krieg und tote Menschen, aber jetzt haben sie eine Regenbogenflagge drauf. Puh, schwierig, weil, links, ja, und dann hast du ja die ganzen Rechten da draußen, die herumlaufen und dann einfach so sagen, ja, CDU war für Migration, ergo ist die CDU links. Angela Merkel wie ein Sozialismus, alles klar, bluder. Ja, das Einzige, was klar ist einfach, ist, dass du keinen scheiß Plan hast und dass einfach es schade ist, dass Gott dir einfach einen Mund gegeben hat. Das ist alles. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist crazy. Und obwohl die Grenzen immer mehr verschwimmen, ist mein Eindruck, dass einige Leute aus voller Überzeugung von sich sagen, ich bin auf jeden Fall mega links, obwohl vielleicht gar nicht so richtig klar ist, was das bedeutet. Das ist eben nicht nur ums... Ja, vor allem denen, die das sagen, ja. ...probes angeht, sondern dass linke Wirtschaftspolitik, zum Beispiel auf einen starken Einfluss des Staates abziehen kann. Für eine halbe Sekunde waren sie based. Habt ihr das gehört? Für eine halbe Sekunde waren sie based. Obwohl vielleicht gar nicht so richtig klar ist, was das bedeutet. Dass es eben nicht nur ums Vogue-Sein geht, sondern dass... Und ich denke mir, ja, ja, es geht nicht nur um Vogue. Es geht, links ist nicht einfach Vogue. Ja, cool, nice. Dass linke Wirtschaftspolitik zum Beispiel auf einen starken Einfluss des Staates abziehen kann. Aber linke Wirtschaft ist für einen starken Einfluss des Staates abziehen. Okay, Bro. Es ist einfach so IQ 200, IQ minus 13. Okay, Bro. What the fuck jedes Mal einfach. So, ey, schau, das ist den Punkt mit Vokismus geben wir euch. Aber wir werden euch framen, was die Politik angeht. Damit werden wir nie aufhören. Ich weiß. Ich will ganz klar sagen, Rechtsextremismus ist nach wie vor die deutlich größere Gefahr für unsere Demokratie. Das ist wichtig, weil sonst hättest du hier unten einfach 5 Millionen Kommentare von den Vollidioten gehabt, die einfach kein Gehirn haben. Die hätten dir alles so geschrieben. Oh, ihr habt Rechtsextremismus und Rechtsextremismus gleichgesetzt. Es ist nicht das Gleiche. Hofheisentheorie. Ja, ja, richtig. Gut, dass du dich hier rausgeredet hast, nicht auszudenken, was passiert wäre. Das hat zuletzt... Wenn einfach eure Halbhirne einfach da reingelaufen wären, so... Ja, der Verfassungsschutzbericht für 2022 gezeigt. Scheiße. Die Anzahl linker Straftaten ist deutlich gesunken und liegt weit unter dem Niveau der rechten Straftaten. Die sind zuletzt weiter angestiegen. Extremistische Positionen gibt es trotzdem auch auf der linken Seite. Sie richten sich gegen unsere Verfassung und wollen einen ganz anderen Staat. Das kann auch richtig gefährlich für unsere Demokratie sein. Aber mal... Ja, und genau Linke müssen sich dagegen aussprechen. Ja, wenn ich den Linken eine Falle stellen wollen würde und sie folgendes zerstören wollen würde und einen Faschismus einführen wollen würde, da würde ich den Linken einreden, dass sie eine Revolution starten. Ja, das wäre mein Go-To. So, ich... Das würde ich machen. Ich würde alle Linken radikalisieren und ihnen einfach sagen, fangt mit deiner Revolution an. Ja, und möglichst denen alle Mittel geben und dann, wenn sie es versuchen, sie einfach so totschlagen und dann einfach einen Faschismus errichten. Ja, das ist ja nicht so, als wäre das nicht schon mal passiert oder so. Aber ja, ich glaube, deswegen sollten sich die Linken insgesamt extrem deradikalisieren und nicht in diese Richtung gehen. Ja, nicht Spoilern, Hermin. Ja, es gibt ja da draußen Leute, die reden ja offen darüber. Die sagen das ja auch ganz klar. Ja, dass das so irgendwie das Ziel ist, dass sie hoffen, dass die Linken eine Revolution oder einen Dings anfangen, damit man dann eine Kontrarevolution machen kann und dann ein für alle Mal die Demokratie abschaffen kann. Ja, verstehst du? Dumatik ohne Rebo, kein Sozialismus. Ja, das ist ein Dumatik, da hast du vollkommen recht. Ganz abgesehen von extremistischen Positionen, finde ich, wenn man sich als Links bezeichnet, lohnt es sich schon mal zu checken, mit welchen linken Positionen man sich wirklich identifizieren kann. Und mit welchen vielleicht weniger. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, macht diese Einteilung in links und rechts überhaupt noch Sinn? Im nächsten Video wollen wir daher mal gucken, wie aktuell diese Einteilung eigentlich noch ist. Wirklich nicht aktuell. Okay, da gehen euer GZ-Gelder hin einfach. Es ist wirklich, ich glaube, es ist einfach, ich glaube, es ist einfach sehr einfach. Es ist besser, Geld zu nehmen und einen Flammenwerfer. Und dann einfach mit dem Flammenwerfer auf das Geld. Es macht mehr Spaß, es schaut schön aus, es gibt so Farben, ja, und es verbrennt so und so. Macht mehr Sinn als das hier, echt jetzt. Und was mögliche Alternativen sind. Könnt ihr eigentlich klar sagen, wo ihr euch politisch einordnet? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Damit ihr das nächste Video nicht verpasst, klickt mal hier auf unseren Abo-Button. Hier haben wir ein Video dazu gemacht, was sich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk endlich ändern muss. Und hier hat STRG-F einen Film über eine Nazi-Gruppe gemacht, die Mitglieder der linken Szene töten wollte. Danke für euren Beitrag, der jetzt einfach nur weitere Verblödung von Arbeitern ist. Dankeschön. Was soll ich dazu sagen? Wie fandest du das Video? Nicht schlecht, nicht schlecht. Werde ich weiterempfehlen. Ja, stimmt. Ich habe vergessen, einen Daumen hoch zu geben. Ja, stimmt.